So Leute, weiter geht's mit dem guten Gin. Gin Cosimo. Day after day, Gin trained in the traditional art of Karate. Ever since his betrayal by Heihachi, Gin loathed anything related to the Mishimas. His lineage, his fighting style, the Devil Gin in his blood. Everything. Thanks to the Dojo Master's training, Gin unlearned the Mishima-yuk fighting style and mastered the art of traditional Karate. Gin born his desire to destroy the evil Mishima-blood-la, his grandfather, Heihachi Mishimi, and his father, Kazuo. After hearing rumors of the King of Iron Fist Tournament 4, Gin hardens his resolve to enter the Tournament. Alles klar. Aber ich glaube, mit Gin kann ich auch nicht kämpfen. Also ich jedenfalls nicht. Auch wenn ich ihn perfekt geschafft habe. Ja gut, der hat jetzt nichts gemacht. Ich ich nicht inici. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Das war's für heute. Meine Fresse, der blockt aber auch nur. Du hast nur gewonnen, weil du die ganze Zeit nur am Blocken warst. 80% des Kampfes, ey. Traurig, ey. Dass man durch Blocken und Abwarten so easy winnen kann. Na, und leider hat der Dingschaden nicht so viel gebracht. Auch nicht schlechtes K.O., ne? Er ist blöd. Also der Abwehrschaden hat auch überhaupt nichts gebracht, wirklich. Ich fand natürlich schade. Ich mein, auf sowas ist ja in Ordnung. Zu blocken, finde ich. Aber was die da die ganze Zeit machen, ey. Die ganze Zeit nur blocken. Das finde ich langweilig. So, ich mein, wenn er... Ich lasse ihm ja zwei... Zwei, drei Schläge lasse ich ihm ja zu. So, ne? Weil dann habe ich endlich gemerkt und das Spiel auch, dass ich verteidige. Ne, normalerweise. Ich habe tatsächlich Probleme, äh, von rechts nach links zu spielen. Ich kann nur von links nach rechts. Deswegen, wenn ich zum Beispiel Tekken online spiele, habe ich meistens die Camper auch schon verloren, weil ich, äh, die falsche Seite habe. Jo, Bro. Was soll ich denn noch machen? Ist mal ohne Witz. Junge, der ist mir so mal vorreingerannt, ey. Ganz ehrlich. Da konnte ich jetzt auch gerade so viel machen. Jo, Bro. Ich stehe auf. Das bedeutet für dich erstmal abwarten. Wenn du fair spielst. Aber man sieht ja gerade, wie fair er spielt. Und zwar gar nicht. Gar nicht. Hallo. Junge. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen, Alter? Ich hasse Steve, als Gegner. So. Oh, stimmt. Man kennt's ja, ne? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Das war's für heute. Das war's für heute. Na ja, Stage 8 nur. Das war's für heute. 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 Bis gleich. Bis gleich.